Mitzis, Mitzis, kommt, Essen gibt's. Es gibt Essen. Bin heute etwas spät. Es ist Sonntag, Sonntag der 14. Wie ich es versprochen habe, wird gefüttert, also auch die Schwarze. Es ist inzwischen nahezu handsam geworden. Und weil es Sonntag ist, gibt's wieder etwas Feines. Ich hab nur immer ein Problem, dass ich hier nur eine Hand hab. Eine fehlt noch. Also es hat sich doch, hier ist sie, es hat sich rauskristallisiert, dass hier eine offensichtlich verschüttet gegangen ist. Es sind nur noch drei. Die glattgraue Katze ist die ganze Woche nicht mehr erschienen. Vorige Woche war es mir so, als ob sie nur kurz fehlte. Also es hat sich manifestiert, dieser Katze ist irgendetwas geschehen. Sie ist abgewandert oder verunglückt. Also dass sie jemand aufgenommen hat, ist bei diesen wilden Katzen unwahrscheinlich. Das ist das Schicksal derer, die kein Dach über dem Kopf haben und wo niemand guckt, dass man ihnen ein Zuhause gibt, dass denen eben auch mal was geschieht. Das ist ein bisschen schwer für mich, wenn ich hier nur eine Hand hab. So das Katerchen futtert. Der Schwarze hat sich dran gewöhnt. Also hier weiß ich noch nicht, was es ist. Ich muss mich heute auch etwas kurz fassen, weil ich noch Besuch erwarte. Unsere Siebenlinge, die wir in der Mühlenstraße sitzen haben, die kriegen heute noch Besuch und ich verabschiede mich und berichte nächste Woche weiter. Herzlichen Dank. Tschüss.